Nachdenkseiten Die kritische Website Die genialen Spalter von der Ampel mit der Tierwohlabgabe gegen den Bauernprotest Ein Kommentar von Tobias Riegel In den Bauernprotesten hatte sich zunehmend mehr artikuliert als nur die Forderung nach Subventionen. Hier wurde kurz eine breite Ablehnung der Politik der Bundesregierung aus verschiedensten Gründen deutlich gemacht, mit Sympathien von vielen Seiten. Zur Abkühlung der Proteste und gegen eine mögliche Verbrüderung zwischen Bauern und anderen Bürgern wird jetzt unter anderem die Tierwohlabgabe ins Spiel gebracht. Das ist so dreist wie geschickt. Den Protesten der Bauern habe ich mit Sympathien, aber auch mit anfänglicher Distanz gegenübergestanden. Doch man muss ihren Erfolg anerkennen. Die entschlossenen, gut organisierten und friedlichen Demos, Blockaden und Versammlungen waren eine gelungene Machtdemonstration. Wie sehr die Bauernproteste Politik real beeinflussen werden, kommt auch darauf an, wie sie nun fortfahren und wie viele Menschen sich weiterhin mit ihnen solidarisieren. Mit dieser Solidarität hatte ich zu Beginn meine Schwierigkeiten, weil der aus Sicht der Bauern legitime Kampf um Dieselsubventionen für sich genommen noch keine allgemeine politische Stoßrichtung hat. Es ist aber festzustellen, dass sich in der Dynamik der Proteste zunehmend mehr artikuliert hat als nur die Forderung nach Subventionen für das eigene Klientel. Hier wurde kurz eine breite Ablehnung der Politik der Bundesregierung aus den verschiedensten Gründen deutlich gemacht, mit Sympathien von vielen Seiten. Dass sich nach der gemeinsamen Forderung, die Ampel muss weg, viele weitere Fragen und Konflikte auftun werden, macht die Forderung nicht weniger dringend. Vor allem Gelb und Grün müssen von der Regierungsverantwortung abgelöst werden. Und dass auch etwa die CSU versucht hat, die Proteste zu vereinnahmen, entwertet nicht die Proteste selber. Dass sich selbst die Forderungen der Proteste bisher eher dem Verteidigungskampf als den Ursachen der Situation widmen, kann sich noch ändern. Einer möglichen Tendenz der Verbrüderung zwischen Bauern und anderen Bürgern wird nun entgegengetreten. Laut Tagesschau wird aktuell zunehmend über die Einführung einer Tierwohlabgabe gesprochen. Damit sei ein Aufpreis auf tierische Produkte gemeint, aus dessen Einnahmen Landwirte beim Umbau ihrer Ställe zum Wohl der Tiere unterstützt werden könnten. Das hieße, Verbraucher würden zum Beispiel mehr für Fleisch bezahlen, um die Landwirtschaft zu stärken. Schon wenige Cent pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen können, so wie es doch alle verlangen. Wirbt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Grüne für die Abgabe und fährt fort? Wer es wirklich ernst meint mit einer zukunftsfesten Landwirtschaft, muss da endlich springen. Springen müssten aber einmal mehr die Bürger, die die Aufpreise wohl zumindest indirekt zu bezahlen hätten. In dem alten Vorschlag, der nun zum Tierwohlcent verniedlichten Abgabe, heißt es wie schon so oft bei solchen Verfahren, die Maßnahme solle sozialpolitisch flankiert werden. Das hieß es vor der Energiewende auch, aber neben der vorzeitigen Beendigung der Energiepreisbremse wird gerade eine Säule des versprochenen sozialen Ausgleichs vorerst begraben. Das angekündigte Klimageld wird laut Medien möglicherweise erst 2027 fließen, wenn überhaupt. So viel zur Glaubwürdigkeit solcher Versprechen. Auch Teile der Landwirtschaft melden aus anderen Gründen Bedenken gegen die Abgabe an. In einem verlinkten Beitrag etwa die Milchwirtschaft. Die Tierwohlabgabe zum jetzigen Zeitpunkt ins Spiel zu bringen, ist so dreist wie geschickt. Dreist ist es, weil schon wieder die breite Bevölkerung zur Kasse gebeten werden soll, um einen von der Ampel angerichteten gesellschaftlichen Konflikt zu befrieden. Direkte oder indirekte Folgen dieser Abgabe würden ja noch zur Inflation, zu den hohen Lebensmittel- und Energiepreisen, zu den noch kommenden Folgen der gerade erhöhten CO2-Abgabe und anderen Belastungen dazukommen. Mithilfe vieler Journalisten wird den Bürgern diese Zusatzbelastung vermutlich dennoch als notwendig und zumutbar verkauft werden. Dass statt einer weiteren Belastung der Normalbürger etwa eine Reichensteuer herangezogen werden sollte, wird dabei vermutlich nicht debattiert werden. Ebenso wenig, dass ohne eine Beendigung des wirkungslosen Wirtschaftskriegs gegen Russland und der hemmungslosen Steigerung der Rüstungsausgaben nur ein Doktern am Symptomen, eine zunehmende Verarmung der Mitte und Verteilungskämpfe um den Rest zu erwarten sind. Aber es ist eben auch geschickt, die mit den Bauern solidarischen Bürger aufzufordern, ihre Solidarität doch bitte mit ihrem eigenen Geldbeutel zu beweisen. Nach dem Motto, jetzt zeigt doch mal, wie ernst sie gemeint ist, eure Anteilnahme mit den Bauern. Damit hat Öztimir einen potenziellen Zankabfüll zwischen Bauern und anderen Bürgern platziert. Aufreizen kommt hinzu, dass die Ampel nun ausgerechnet Proteste gegen die eigene Politik nutzt, um ein altes und unbeliebtes Projekt Tierwohlabgabe als Lösung zu tarnen und es wieder in die Debatte zu schleusen. Das alles ist anmaßend und ungerecht, aber es könnte der Ampel mit entsprechender Unterstützung vieler Journalisten mal wieder Zeit verschaffen und die aktuellen Proteste abkühlen oder sogar spalten. Außerdem bietet der Vorstoß die Möglichkeit einer emotionalen Meinungsmache. Wer wollte sich denn dem Wohl der lieben Tiere verschließen? Und was sind bei so einem tollen Ziel schon ein paar Cent? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.